So, und weiter geht's bei Termoil. Land-Upgrades. Alle schon gekauft in der letzten Folge. Also du kannst hier direkt losgehen. In der Hoffnung, dass wir ein gutes Stück Land abgekriegt haben. Und jetzt können wir auch endlich den... ...Gasaustritt kontrollieren. Jo, Jackpot. Da können wir hier direkt mal anfangen zu pumpen. Ich versuche bauen, sodass hier noch ein Sido reinpasst. Aber gut. So, das ist jetzt geschlossen. Das kann ich sogar einfach anstechen. Sehr cool. Aber brauche ich fürs Erste einfach noch gar nicht. Ich sollte mich lieber mal darauf konzentrieren, hier... ...mehr Öl zu finden. Und das sieht hier nicht danach aus. Jawoll. Was kostet das Ganze denn? 600. Das ist die Frage, ne? Soll ich das... ...von dort pumpen oder von einem anderen Turm? Ich deck lieber erstmal die Karte gleich auf. Ich werde definitiv hier noch neun Turm bauen. ... ... ... Da sind wir froh, da traut man doch vorn Da bleiben keine Wünsche offen So, ich gebe dir dann hier mal das Upgrade für die Geschwindigkeit Ich werde mal hier das Guards anschließen Vielleicht gibt's hier noch mehr Gas Jawoll Da will ich jetzt diese Level auf jeden Fall mal ein bisschen mit rumspielen Alles klar Ähm Hier will ich auf jeden Fall weiterhin abpumpen Der kann hier mal hochgehen Und ich habe Rock abgetroffen Da brauchen wir wohl den besseren Bohrer So Ich kann auch durch Rock durchgehen Das verstehe ich jetzt nicht so ganz Nicht, dass ich das irgendwie verkackt habe So 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 Ich muss das nur kurz testen, da war ich mir schon ein bisschen unsicher. So, ich brauch Geld. Und ich glaube, mit dem Gas muss ich das anders machen müssen, dass ich irgendwie von dem Bohrturm aus zum Beispiel hier die Leitung nicht so lange hätte bauen sollen, hätte ich das oben schießen können, das Ventil, von da aus noch eine Abzweigung. Dann wäre das alles ein bisschen besser geworden. Aber noch gebe ich nicht auf. Und hauptsache es läuft mal wieder hinüber. So. 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 Geld haben wir jetzt erstmal genug, dann würde ich jetzt hier mal das in Sidos füllen. Gut, jetzt haben wir das Gas abgebaut und hier kommt es auch nicht durch, ne? Jetzt geht's wieder. Ein bisschen verwirrend finde ich es ja das System. Gebe ich ja zu. Für 400 mache ich das jetzt einfach. Hier unten haben wir noch was, Gas oder Öl. Öl, alles klar. Dann fördern wir es natürlich noch. Ich decke hier lieber die Karte, dann muss ich halt auch. Die Zeit muss ich auch mal achten. August haben wir jetzt. Das geht aber. Ich muss nicht mit die kleine Basi einfach auch noch mit. Lohnt sich wahrscheinlich nicht finanziell gesehen, aber gut. Alles klar, der Föll ist auch maximal. Und der Preis rechts ist momentan schon sehr verlobend. Da soll ich verkaufen. Auch wenn ich links das Gas noch hab. So, jetzt mache ich hier den Hahn mal auf. Schau mal, was da so passiert. Nichts. So, 1,30 bräuchten wir. Komm. Dann macht man leer. Dann können wir richtig boosten, ne? Alter Schwede. Ich hab' ich erst mal vorher richtig verstanden das System. Da geht's ja richtig ab dann. Wie viel? 2 Dollar. Ja, okay. Höre auf mit dem Level. Das tut mir so zu weh. Gut. Biss Öl vergessen. Lässt sich nichts verändern. Ähm. 33.000 Gewinn gemacht. Und die anderen haben ordentlich Geld. Schade für uns. Was wäre denn auf der Stock Auction? Habe's falsch geklickt. Ähm. Wie viele Stocks werden verkauft. Das wollte ich wissen. Zwei Stück. Hm. Jetzt würde ich bezahlen. 25 vielleicht. 20, 25. Joa, 18. Passt. Wie sieht das mit dem Land aus? Haben wir doch schon ein schönes Stück vom Kuchen abgekriegt eigentlich. Das möchte man uns natürlich nicht lassen. Ich hab' da keinen Diamanten gefunden. Hm, hm. Dann geh' ich nach oben. Alles klar. Ähm. Noch irgendetwas upgraden. Nee. Da hab' ich auch gar nicht das Geld momentan für. Ja, und die Moles und diesen Wünschelroutengänger, die, weiß ich nicht, die finde ich nicht so cool. Die Größe der Scans reicht auch. Ähm. Dass die günstiger werden, wäre natürlich eine Maßnahme. Aber, ich glaub' da kann man lange drauf warten. Ähm. So, 91 Cent könnte man so bezahlen für 6900. Wäre eine Möglichkeit, aber... Ähm. Ich würd' sagen, ich lass' mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Und... Ich würd' mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis dahin, ne? Wieder fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.